So Leute, wie versprochen gibt es jetzt zum Abend ein weiteres Update zum Bitcoin-Kurs, denn wir haben ja seit meinem letzten Video eigentlich wirklich eine Preisentwicklung gesehen, die wir perfekt erwartet haben. Wie ihr euch noch daran erinnern könnt, habe ich ja in meinem letzten Video gesagt, dass Bitcoin mit diesem Breakout hier aus diesem Abtrendkanal auf die 16.000 Dollar zugehen wird und wir danach erstmal mit einer kleineren Korrektur oder mit einer kleineren Konsolidierung rechnen müssen. Genau das ist jetzt auch passiert, seit meinem letzten Video haben wir tatsächlich die 16.000 Dollar ziemlich genau erreicht und haben dort auch wirklich gemerkt, dass die Bären eben anfangen ein bisschen abzuverkaufen. Wir haben gesehen, dass Bullen auch angefangen haben ein bisschen Profite zu nehmen und aus diesem Grund befinden wir uns, seitdem wir unser Target erreicht haben, in einem kleinen Downtrendkanal. Man muss natürlich ganz klar sagen, ich habe natürlich auch ein paar Profite genommen. Ich habe immer noch meine Position auf Femex offen. Ich habe insgesamt 1,3 Bitcoin, knapp 20.000 Dollar an Profiten genommen. Ansonsten 1,1 Bitcoin sind momentan noch da, die ich jetzt momentan an Profit nehmen könnte, werde ich jetzt aber erstmal nicht machen, einfach aus dem Grund, weil ich die Position auch noch ein bisschen offen lassen werde. Wie ihr wisst, ich habe ja noch eine sehr große Bybit-Position offen. Mal sehen, je nachdem wie viele Leute es sich wünschen, werde ich die vielleicht auch in den nächsten Tagen mal in einem Video zeigen. Es ist auf jeden Fall eine meiner krassesten Positionen ever. Das heißt, falls ihr euch dafür interessiert, zeige ich gerne auch mal die Bybit-Position in den nächsten Tagen. Und ganz klare Sache, ich habe unter dem letzten Video wieder viele Fragen zu diesem ganzen Trading-Thema bekommen, wie das alles funktioniert. Leute, wie gesagt, schaut einfach in der Videobeschreibung vorbei, hier unter diesem Video, da habe ich euch meine drei Lieblings-Exchanges verlinkt. Registriert euch einfach mal bei allen drei Exchanges mit meinen Affiliate-Links, damit unterstützt ihr mich. Und ihr bekommt die Boni, die ich euch extra für meine Affiliate-Links organisiert habe, fast 2.000 Dollar, bekommt ihr da komplett kostenlos. Könnt das Ganze einfach mal ausprobieren und euch einfach mal langsam da hineintesten, bevor ihr dann anfangt, euer eigenes Geld zu verwenden. Und wenn ihr dann wissen wollt, wie die Exchanges funktionieren und noch ein paar Tipps und Tricks von mir haben wollt zu dem ganzen Thema, dann schaut ihr euch einfach hier dieses Trading-Tutorial mit Tipps und Tricks an. Wie gesagt, das ist auch ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt und auch nochmal in der Kommentarsektion, da habe ich es euch auch nochmal verlinkt. Da findet ihr, wie gesagt, die ganzen Links, die ihr dazu braucht, um eben die Informationen, die ihr in meinen Videos bekommt, dann eben auch so umzusetzen und dann eben hier solche Positionen zu öffnen und so weiter und so fort. Ich denke, die meisten von euch wissen sowieso, wie es funktioniert und deshalb wollen wir uns jetzt hier den Bitcoin-Kurs natürlich auch direkt mal etwas genauer anschauen. Was haben wir jetzt gesehen und was wird mit dem Bitcoin-Kurs natürlich vor allen Dingen passieren? Das heißt, was können wir jetzt in den nächsten Stunden und Tagen erwarten? Darum geht es natürlich jetzt direkt. Und zwar, ganz klar, habe ich ja bereits gesagt, jetzt eben am Anfang des Videos, wir haben unser Target bei 16.000 Dollar erreicht. Aus diesem Grund habe ich bei Bybit und auch bei Femex sehr gute Profite genommen. Der Rest der Positionen bleibt natürlich offen mit dem Stop-Loss in Profit, jeweils bei beiden Positionen. Und was wir jetzt gesehen haben, ist eine ganz klare Bull-Flag. Dieser Downtrend-Kanal, ein Downtrend-Kanal, der sozusagen genau an einem großen Abtrend angefügt ist, ist meistens ein sehr, sehr gutes Zeichen, ein bullisches Zeichen. Das ist meistens einfach nur eine kleine Konsolidierung, weil die Bullen eben neue Power sammeln müssen. Wir haben auch vorhin bereits einen kleinen Breakout-Versuch aus dieser Bull-Flag gesehen. Wenn wir uns das Ganze mal ganz kurz hier anschauen, ich glaube, ich muss hier einmal ganz kurz Tradingview neu laden, weil hier haben wir irgendwie einen kleinen Ladefehler. Ja, schauen wir uns das Ganze an. Okay, der Bitcoin-Kurs bewegt sich gerade schon wieder nach oben. Okay, aus irgendeinem Grund haben wir hier diesen kleinen Fehler, aber wir haben hier einen etwas größeren Abverkauf gesehen. Das könnt ihr euch, denke ich, mal vorstellen. Und was wir da gesehen haben, ist natürlich, dass sich Bitcoin hier in einem Symmetrical Triangle befunden hat. Wir hatten einen Breakout nach oben, einen wunderbaren Retest und haben es dann auch direkt versucht, haben einen sich wirklich versucht, den Bullenmarkt, diesen Abtrend zu weiterzuführen. Aber man muss wirklich sagen, die Bullen oder die Bären waren dann doch einfach zu stark. Die Bullen waren zu schwach und wir haben dann doch nochmal einen kleinen Abverkauf gesehen und haben jetzt hier wunderbar hier diese Support-Linie angetestet. Unter dieser Support-Linie liegen auch meine Stop-Losses. Ich kann euch mal ganz kurz zeigen hier auf dem 1-Stunden-Chart, woher diese Support-Linie kommt. Diese Support-Linie ist einfach hier von unserem kleinen Abtrend. Und wenn wir jetzt hier diesen Abtrend fortsetzen wollen, dann müssen wir auf jeden Fall hier diese Support-Linie halten. Das heißt, ich habe ja im letzten Video gesagt, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass wir, nachdem wir das Target von 16.000 Dollar erreichen, dass wir dann erstmal eine kleinere Korrektur sehen, vielleicht sogar bis runter auf 14.200 Dollar. Aber das wird nicht passieren, solange wir hier diesen Abtrend-Kanal in Anführungszeichen oder diesen Abtrend-Support hier intakt halten. Das heißt, solange wir den nicht nach unten hindurch brechen, gibt es eigentlich überhaupt gar keinen Grund davon auszugehen, dass wir mit einer etwas größeren Korrektur rechnen müssen. Was ich natürlich jetzt wirklich sehen will, in den nächsten Stunden vor allen Dingen, das heißt im Laufe des heutigen Tages noch, ist, dass Bitcoin sich hier so weit wie möglich anfängt, wieder von unserem Abtrend-Support zu entfernen. Und wir wollen natürlich sehen, dass Bitcoin es schafft, die 16.000 Dollar hinter sich zu lassen. Denn wir haben jetzt wirklich genau hier in diesem Bereich wirklich einen etwas stärkeren Widerstand bei Bitcoin. Die 15.900 bis 16.100 Dollar, das ist so momentan der Widerstand, der uns davon abhält, Richtung All-Time-Hyper-Bitcoin zu gehen. Das heißt, wir wollen jetzt natürlich sehen, dass wenn Bitcoin sich schon hier in so einem Downtrend-Kanal befindet, in so einer Bull-Flag, in einem Continuation-Pattern, wollen wir natürlich sehen, dass Bitcoin jetzt hier so bald wie möglich das Breakout nach oben schafft und dann mit Hilfe dieser Bull-Flag den Widerstand zwischen 15.900 und 16.100 Dollar hinter sich lässt. Wir können uns ja mal ganz kurz anschauen, was das Target dieser Bull-Flag wäre. Und da werdet ihr natürlich auch wieder relativ überrascht sein. Das ist wieder relativ simpel eigentlich. Wir schauen uns einfach an, wie groß ist der Flaggenposten. Und man muss wirklich sagen, der Flaggenposten ist wirklich sehr, sehr groß. Knapp 2.000 Dollar groß sogar. Das heißt, wenn wir hier den Flaggenposten einmal hochziehen und dann das Ganze hier an den Breakout-Punkt setzen, na dann seht ihr auch schon, unser theoretisches Target bei dieser Bull-Flag ist tatsächlich weit über unserem nächsten Widerstand bei 17.400 Dollar. Das heißt, man muss wirklich sagen, sollten wir hier ein positives Breakout aus dieser Bull-Flag schaffen und ich meine, die Bullen haben gezeigt, dass sie das Ganze versuchen wollen. Wir haben bereits einen kleinen Fakeout-Versuch hier gesehen. Das heißt, die Bullen sind auf jeden Fall daran interessiert, diese Bull-Flag nach oben ausbrechen zu lassen und natürlich diesen Widerstand zwischen 15.900 und 16.100 Dollar hinter sich zu lassen. Und ich kann euch jetzt auch schon mal sagen, sollten wir innerhalb der nächsten 24 Stunden ein Breakout über die 15.900 bis 16.100 Dollar sehen, dann ist es eigentlich so zu 80-90% sicher, dass wir auch die 17.400 Dollar erreichen werden. Das heißt, ich kann euch jetzt direkt schon mal sagen, was werde ich natürlich mit meiner Femex und auch meiner großen Bybit-Position machen. Ganz klare Geschichte, ich werde sobald wir das Breakout über die 16.100 Dollar schaffen, werde ich auf jeden Fall meine Position erneut extrem vergrößern, um dann eben hier diesen Preis-Move bis auf 17.400 Dollar eben komplett mit einer noch viel größeren Position mitzunehmen, und dann eben bei 17.400 Dollar, genauso wie ich es auch bereits hier bei 15.900 Dollar gemacht habe, nachdem wir unser erwartetes Target erreicht haben, werde ich wieder Profite nehmen, werde wieder warten, ob sich der Kurs konsolidiert oder ob wir ein Bullisches Continuation Pattern haben, wie jetzt hier in diesem Fall, oder ob wir dann doch erst nochmal mit einer größeren Korrektur rechnen müssen. Dann werde ich entweder erneut Profite nehmen oder dann eben wieder genau dasselbe machen, was ich jetzt auch hier machen werde. Sobald der Widerstand gebrochen wird, wird die Position erneut vergrößert und naja, nach diesem Widerstand bei 17.400 Dollar, ob ihr es glaubt oder nicht, das nächste Target sind dann tatsächlich bereits die 20.100 Dollar, das heißt, das nächste Ziel wäre dann tatsächlich bereits unser All-Time-High. Das heißt, wie ich auch schon im letzten Video gesagt habe, es liegen nur noch zwei Widerstände über uns, die uns vom All-Time-High abhalten und naja, im letzten Video haben wir uns noch weit unter diesem Widerstand bei 15.900 bis 16.000 Dollar befunden und jetzt haben wir diesen bereits angetestet, was meiner Meinung nach ein sehr, sehr bullisches Zeichen ist. Es ist wieder alles eigentlich so geschehen, wie wir es erwartet haben. Ich muss wirklich sagen, seit fast zweieinhalb Monaten verhält sich der Bitcoin-Kurs wirklich eins zu eins so, wie wir es in den Videos erwarten, also so wie ich es in meinen Videos sage und wie dann wahrscheinlich auch die meisten von euch damit rechnen. Ich meine, wie gesagt, seit 7.900 Dollar longen wir wirklich perfekt jeden einzelnen Pump und vergrößern Stück für Stück unser Krypto-Portfolio, was ja auch dann die ganze Zeit noch an Wert gewinnt, weil Bitcoin ja gleichzeitig deutlich am Dollarwert gewinnt. Das heißt, es sind momentan wirklich sehr, 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 sehr schöne Zeiten. Ich habe es ja bereits im letzten Video gesagt, falls ihr das nicht gesehen habt, schaut euch das auf jeden Fall nochmal an. Aber wie gesagt, was gilt es jetzt für euch zu machen? Wie gesagt, ich möchte meine Videos ja immer sehr, sehr simpel und kurz halten und wirklich versuchen, dass ihr einfach wisst, auf was muss ich achten, damit auch wirklich jeder, egal ob er jetzt eine Long-Position schon offen hat oder vielleicht noch keine Long-Position schon offen hat, dass jeder da einfach flexibel seine eigene Trading-Strategie auch auf meine Informationen anwenden kann. Und deshalb ganz klare Geschichte, Leute, was müssen wir im Auge behalten? Wir müssen Punkt 1 im Auge behalten, ob Bitcoin es schafft, hier diesen wichtigen Abtrend-Support zu halten, denn dieser wichtige Abtrend-Support, das ist der einzige Support, der uns momentan dabei helfen kann. Diese Bull-Flag, dieses Continuation-Pattern, das ist wirklich der einzige Support hier, der uns dabei helfen kann, dieses Breakout, sage ich jetzt mal, zu schaffen, denn der Widerstand bei 15.800 oder 15.900 bis 16.100 Dollar ist kein schwacher Widerstand und deshalb können wir eigentlich wirklich, es ist eigentlich nicht kompliziert, was man momentan machen muss. Man hält jetzt hier wirklich einfach im Auge, ob der Bitcoin-Kurs hier diese Support-Linie hält und dann wartet man einfach ab, bis Bitcoin es geschafft hat, über die 16.100 Dollar zu kommen und dann fängt man natürlich an, seine Long-Position zu vergrößern. Wenn man jetzt noch gar keine Long-Position offen hat, ich persönlich, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen, was man machen würde, denn ich habe bereits Long-Positionen offen. Wenn ich jetzt noch keine Long-Positionen offen hätte, dann würde ich höchstwahrscheinlich jetzt einfach sagen, okay, hier dieses Symmetrical Triangle können wir einfach mal rausnehmen, damit es ein bisschen einfacher und ein bisschen deutlicher sichtbar ist für euch. Dann würde ich jetzt einfach sagen, okay, wir sehen hier einen weiteren Breakout-Versuch, wir haben bereits einen Fakeout gehabt, die Bären schaffen es nicht, haben es jetzt schon zweimal versucht, uns unter den Support zu drücken, haben es nicht geschafft. Die Bullen fangen hier schon den nächsten Breakout-Versuch an. Das heißt, das Einzige, was ich persönlich jetzt machen würde, wäre eine Long-Position eröffnen und dann meinen Stop-Loss hier ungefähr bei 15.330 Dollar zu platzieren. Das ist so momentan das Einzige, was ich machen würde, wenn ich noch überhaupt gar keine Long-Positionen offen hätte. Wie gesagt, es ist natürlich immer nicht 100% einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt keine Long-Positionen offen, das und das würde ich machen, denn wie gesagt, ich habe eine Long-Positionen offen. Die Leute, die mich aktiv verfolgen werden, da wird auch jeder eigentlich immer noch eine Long-Positionen offen haben. Ich meine, wir sehen das auch bei der Femex Trading Competition, immer wenn der Kurs hochgeht, dann sieht man wirklich richtig, richtig schön, wie in unserem Team die Profite weiter nach oben schießen. Wir können ja einfach mal ganz kurz schauen, wir sind momentan Platz 7. Leute, kleine Information noch zur Trading Competition. Leider, leider ist es so, dass Femex die Regeln geändert hat, sonst hätten wir hier die Trading Competition höchstwahrscheinlich gewonnen. Und zwar hat Femex es so gemacht, dass ab der Teamgröße von 40 Leuten, ab einer Teamgröße von 40 Leuten werden tatsächlich 25%, das heißt die Top 25% für die Prozentewertung gezählt, was eigentlich sehr, sehr unfair ist, weil so hat ein großes Team eigentlich überhaupt gar keine Chance zu gewinnen. Es ist nicht so wie bei Bybit, aber muss wirklich sagen, wie wir hier auch gerade schon sehen können, Leute, von den großen Teams, wenn wir uns das einfach mal anschauen, hier sind 700 Leute, sind wir mit Abstand das am bestperformendste Team. Hier schon zum Beispiel, das Team hat gerade mal 200 Leute, die haben nur 38%. Wenn wir weiterschauen, wie gesagt, große Teams haben hier bei der Trading Competition einen ganz klaren Nachteil. Ich habe es Femex auch schon gesagt, sie haben gesagt, sie werden das auf jeden Fall ändern. Aber wenn wir uns das zum Beispiel mal anschauen, hier 600 Member, Leute, andere Leute erreichen gerade mal halb so viele Prozente wie wir. Die anderen großen Teams hier, die erreichen nicht mal zum Teil halb so viele Prozente wie wir und selbst kleinere Teams, ganz kleine Teams, die hier in der Trading Competition einen ganz klaren Vorteil haben, die erreichen nicht mal ansatzweise die Performance, die wir hier mit unserem Team erreichen, was mich sehr, sehr froh macht. Das bedeutet nämlich für mich, dass meine Community anhand vielleicht auch mit Hilfe meiner Videos wirklich sehr, sehr gute Profite in letzter Zeit erzielt. Das ist einfach eine richtig schöne Bestätigung. Ich meine, wir sehen es hier. Wir haben einfach, guck mal, wie viele Leute wir hier haben, die einfach mal über 200% Profit haben, Leute. Wir haben einfach einfach mal eine ganze Menge Leute hier, drei, vier Seiten, vier Seiten, fast vier Seiten voll mit Leuten, die über 100% auf ihr Geld gemacht haben innerhalb von diesem Monat gerade mal. Das heißt, es ist wirklich richtig, richtig schön zu sehen, dass wir hier als Team so gut performen, obwohl wir als großes Team einen ganz, ganz klaren Nachteil haben. Ja, muss man sagen, ich habe es Femmex gesagt, sie werden es in der nächsten Trading Competition auf jeden Fall anpassen. Sie haben es halt versucht, ein bisschen zu balancen. Sie haben versucht, das Ganze so zu machen, dass eben große Teams nicht so einen krassen Vorteil haben wie zum Beispiel bei Bybit. Aber sie haben es dabei in Anführungszeichen so gemacht, dass ein großes Team gar keine Chance hat zu gewinnen. Sie haben es an sich so gemacht, dass nur noch ein kleines Team gewinnen kann, was ich ein bisschen schade finde. Aber bei der nächsten Trading Competition wird es vielleicht auch wieder anders sein. Und so wie unsere Performance aussieht im Vergleich zu den anderen großen Teams, haben wir auf jeden Fall immer noch an sich die beste Chance zu gewinnen. Man muss halt wirklich nur sagen, dass hier diese Trading Competition leider sehr, sehr unbalanced ist. Und man einfach sagen muss, ein richtig großes Team kann hier unmöglich gewinnen, dadurch, dass eben 25 Prozent des Teams diese Prozent erreichen müssen. Wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, zum Beispiel das erste Team hat durchschnittlich 600 Prozent, weil eben nur die ersten zehn Leute gewertet werden. Leute, das würde bei uns bedeuten, dass fast 250 Leute 600 Prozent Profit machen müssten, damit wir hier diese Trading Competition gewinnen. Das ist komplett unrealistisch. Das hat dann auch nichts mehr damit zu tun, ob das Trading Team gut oder schlecht ist. Das ist einfach eine sehr unbalancede Art, das Ganze zu werten. Aber naja, ich will mich da jetzt auch nicht zu groß drüber aufregen. Ist ja jetzt nicht allzu schlimm. Aber ist halt jetzt so, wie es ist. Nur für die Leute, die jetzt gefragt haben, was momentan bei der Trading Competition so los ist und ob wir gerade noch eine Chance haben zu gewinnen. Die läuft ja morgen sowieso aus. Aber naja Leute, ich würde tatsächlich sagen, wenn es euch viel mal gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall ganz genau, auf was ihr achten müsst und was der nächste Move für Bitcoin ist. Es wird natürlich Updates in meiner Telegram-Gruppe geben. Die Telegram-Gruppe findet ihr natürlich komplett kostenlos hier ganz oben in der Videobeschreibung. Kommt einfach mal in die Telegram-Gruppe rein. Da kriegt ihr kleine Extra-Informationen. Und wie gesagt, wenn ihr euch für das ganze Trading-Thema interessiert, naja, dann benutzt einfach mal hier meine drei Affiliate-Links. Registriert euch einfach mal bei allen drei Exchanges. Damit unterstützt ihr mich. Und ihr kriegt eben bei allen Exchanges zusammen bis zu 2.000 Dollar komplett kostenlos, damit ihr das Ganze einfach mal ausprobieren könnt. Und dann schaut ihr euch einfach das Trading-Tutorial mit Tipps und Tricks an. Und dann wisst ihr auch ganz genau, wie das alles funktioniert. Aber naja Leute, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder in einem Video und in kleinen Updates in der Telegram-Gruppe. Bis dahin, haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.